heilige leute ich bin so ein bisschen weitergegangen durchgegangen so die zum durchsuchen und ja und willkommen wieder bei borderland 2 also etwas ich will machen jetzt ist dass ich will mir eine kindwerfer einbauen weil wenn du vermutlich wird der kampf muss mir machen gleich so ein bisschen fahrer auch nicht schlecht ja und das war alles ok weiter jetzt so mann die nerven so viel elektrisch mein gott ja ich bin gar nicht ganz nah und haben sie für meine ich schon verballert ich sehe Okay Jo Ist euch besser Ich bin voll Ich bin angrein Lass mir Das ist kein Grüne Boah Das ist der Falle Ihr Kammer Schlüssel ist nicht im Zug Missionen abbrechen, Soldat Sorry, Wilhelm hast du keine Chance Stoppare Das ist nicht gut Wilhelm hat uns die Hilfe, meiner alle gekept ohne selbst den Kratzer abzukriegen Insetzende Wilhelm hat uns die Kammerlöber Du kannst Wilhelm besiegen, ich verspreche es dir Wooh Die Wilhelm-Gammer-Gammer-Gammer-Gammer-Gammer Da STARTSCHiesen Woah, Was willst du wohl kein von mir Alter, dein ernst Nein, ich habe das nicht. Da, da ist einer. Komm, nein, ich habe da nim. Fuck. So, wie muss es von Anfang, glaube ich. Ja, er ist voll, er ist aufgeladen, toll. Ach, du Scheiße. Willst du mich verarschen? Wieso sind es so viele jetzt auf einmal? So. So. Ich habe keine Mühe. Alter, ich habe die fucking Angst. Ich schaue ihm nie! Boah! Dein fucking Jens! Tch Tch! REN! Vielen Dank! Ja, ja, ja! Jaja Alter Ich bin weit weg Und der trifft mich trotzdem Das ist immer Er macht mehr Das ist immer Der trifft mich an Es ist immer Ja Der trifft mich an Er ist immer Ja Stimmt Willhelm hat einen Energiekern fallen gelassen. Schnapp ihn dir. Laut meinen Sensoren ist es einzigartig. Wenn du ihn rollen bringst, müssen die Schilde von Sanctuary vielleicht nie wieder ausgeladen werden. Wenn er heißt nie, dann gibt er nichts Gutes für mich. Wo ist die Kern? Also davon, ok. Irgendwo wird er vorne ist, ja genau hier. Ihr habt welche verdammten Energiekern geholt wird. Aber euch gewann, jetzt um eine harte Bandage gekämpft. Durch warmen Ankammerjäger, den Wunsten kommt es richtig für euch. Ok. Ok. Jo, gehen wir zu Sanctuary, haben wir ja das erledigt. Mit so näher von dieser Wicke. Ja. So Leute, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, macht ihr einen Daumen nach oben. Oder wir werden auch, wenn ihr mich auch freuen. Und ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi. 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 Es تع